Nee, der hätte mich schon wieder gewonnen hier jetzt. Lass uns nach hinten abhauen. Auf allen Dingen, wie konnte er gerade auf mich schießen, während ich ins Geburt... Das ist gut, der weiß auch immer, wo du stehst. Hier ist ein neuer Helm. Na ja, da sind wir jetzt noch eine Beste. Ganz eine Beste wäre hier auch noch. Eine 1er wohl bemerkt, ich weiß ja nicht, wie deine aussieht. Ganz. Und hier steht noch ein Auto. Und eine 2er Gäste liegt hier auch noch. Oh, Baustelle. Sehr gut. Und jetzt kommt es mit. Ja, das ist gut. Da ist noch ein A3. Ja, also 2,0. Oh, ich hab ihn gesehen. Was ist er denn? Da. Das kann der knicken, das ist dasselbe Spastik von vor uns. Hat er dich? Hat er. Ich kann gar nicht in die Betragung. Ich könnte einsteigen und wegfahren. Hast du noch irgendwas, was man brauchen tut? Ah ja, ich verlieh. Und 5, 6er. Der steht hier jetzt bestimmt wegen dem Geburte und wartet auf mich. Mhm. Da ist er doch. Na dann, wenn du so weit wen querst. Wie er es wusste, dass ich da hingelaufen bin. Das kann es nicht sein. Der kann... Ist nicht normal. Der weiß immer wo man steht und schießt schon bevor... Hast du das Camp schon an? Mach ich gerade. Ich hab auch gerade der Camp. Später. Ja. Guck mal, die waren zu zweit und keiner von denen kann da hingucken. User left your channel. Und kaum renne ich darüber, rennt er los. Also der, der mich erschossen hat, äh... Ja, der dürfte in dem Moment losgelaufen sein. Er hat so auch losgelaufen, bis wie das aussieht. Ja. Bei mir hat er ohne Scope geschossen. Er hat er auch. Und muss man darauf achten. Er hat im Vorfeld schon immer genau dahin, das Visier genau auf die drauf gehabt. Ja. Als er in dieser Baustelle drin war, hat er das Visier genau auf deiner Leiche... Äh... Genau auf die drauf gehabt. Boah, gestern hättest du mal lesen müssen auf Eevee, wo es die ganzen Cheats verkaufen, ne? Wie die ganzen Leute rumgeheult haben, weil sie gebannt wurden. Ja. Selbst schuld. Wenn man zu doof ist, in ein Spiel zu spielen, dann sollte man es lassen. Ja. Gemeldet. Sollten sie nicht rumheulen? Ja, wo wir was Illegales machen, wäre ich auch dafür blankt. Wollt ihr auch nicht rumheulen. Sollten sie mal zu ihren Tagen stehen? Das sollten wir auch unseren Warhack damit ausmachen, oder? Bevor wir auch noch verbannt werden. Ja, aber das ist... Das ist klar, wenn du Scheiße machst... Wenn du sie gar nichts machst, musst du auch dazu stehen, dass es gemacht wird und dich rumheulen danach. Dann sollte man sich hinstellen, ja, ok...